Die Stimmung bei Viktoria Köln ist gut. Mike Wunderlich, der Kapitän der Höhenberger, gibt uns einen aktuellen Einblick in seine Gefühlslage. Und entsprechend selbstbewusst reisen die Kölner jetzt auch zum Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken. Ja, dieses Selbstvertrauen müssen wir mitnehmen. Wir haben sehr gute Spiele geliefert, nicht nur die Punkte, sondern auch unsere Leistung, unser Auftreten auf dem Platz kann uns Selbstvertrauen geben. Und von daher gibt es für uns dann am Freitag auch wieder nur ein Ziel und das ist die nächsten drei Punkte einzufahren. Dazu sind wir in der Lage, wenn wir das auf den Platz bringen wie in der letzten Woche, dann sind wir für jede Mannschaft ein schwerer Gegner und das muss das Ziel sein am Freitag. Dass es im Ludwigspark eine schwere Partie wird, weiß wunderlich gut. Ja, wir haben es im Hinspiel gesehen. Sehr gute Mannschaft, die als Aufsteiger einen sehr, sehr guten Fußball spielt. Aggressiv war, ähnlich wie wir es jetzt auch machen. Ich denke, es wird ein Abnutzungskampf, ein interessantes Spiel von zwei guten Mannschaften und wir hoffen, dass wir dann am Ende die Nase vorn haben werden. Es bleibt also abzuwarten, ob der Tabellenvierte Saarbrücken weiter vom Aufstieg träumen darf oder ob die Kölner ihren guten Lauf fortsetzen können. Wir haben es nicht nicht. Wir haben es nicht. Wir haben es nicht. Aber wir haben es nicht. Wir haben einen Teil von der unsch厭igen Geist.